Feritime lebte im 6. Jahrhundert v. Chr. und war die Frau von Pathos III., den König von Kyrene. Mit Pathos hatte sie mindestens zwei Kinder, Arkesi Laos III. und eine Tochter mit dem Namen Laodike. Nachdem ihr Sohn König wurde und die königliche Macht zurückforderte, wurden er und seine Mutter im Jahr 520 v. Chr. aus Kyrene verbannt. Nachdem ihr Sohn es geschafft hatte, Kyrene zurückzuerobern, wurde er wenig später in der Stadt Barke ermordet. Feritime bat dem persischen Satrapen Ariandes um Hilfe. Dieser schickte ihr eine Armee und eine Flotte, die sie befähigte. Sie belagerte die Stadt Barke mehrere Monate, ehe sie diese durch eine List erobern konnte. Diejenigen, die für den Tod ihres Sohnes verantwortlich gemacht wurden, wurden von ihr gekreuzigt. Ihren Frauen wurden die Brüste abgeschnitten und an die Stadtmauern genagelt. Die übrigen Bewohner wurden versklavt. Wegen ihrer grausamen Taten hatte sich Feritime viele Feinde gemacht und verließ ihre Heimat für immer. Später lebte sie in Ägypten und starb dort.